Ja, gehen ist langweilig. Kann man das so sagen? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Gehen ist langweilig. Wer geht heutzutage? Niemand. Niemand geht heutzutage noch. Alle laufen. Ob zum Bus, zum Einkaufen. Egal wer. Das ist der neue Trend. So, sind wir wieder frei von irgendwelchen Belastungen. Denn das belastet mich wirklich sehr. Ja. Gehen wir mal hier zu der zu Leonardos Maschinen Guck mal was das für eine ist und wenn sie cool ist, dann mach ich sie wenn sie nicht cool ist, dann mach ich sie nicht das ist relativ einfach das Spiel wenn es ein Spiel wäre ist es aber gar nicht das habt ihr jetzt nicht erwartet also ich warte immer noch und das ist was cooles ist so Akonite aber das ist nur ein Glas mit Blutegeln also warum sollte man sich irgendwie das soll dreist sein das ist dreist ich habe so eine Vermutung, was es ist aber ich, wenn es, wenn die Vermutung stimmt die ich habe, dann ist es echt behindert das kann man wohl so sagen erstmal einen Schluck drauf trinken und hoffen, dass es nicht das ist, was es weißt ihr, was es ist mh ach so ach dann ist es in Ordnung Marine, Kanone, Neapel Ticken der Zeitbaume die Borodje haben anhand von Leonaras und Börfmann natürlich ihre maritime Kriegsmaschine erschaffen sie muss zerschönt werden bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt eine der drei Tore öffnen eines der drei Tore äh okay sag deinen Kameraden dass nur Eduardo sich der Erfindung nähern darf um letzte Hand um zu legen ja Kanikado er ist jetzt die Mechanismus vom Boot ich muss hier weg so alles gut, alles gut das ist eine Mission, die es äh zu schaffen das ist wohl Eduardo Gebt mir die Pläne Ihr seid der Assassine, stimmt's? Ihr müsst Cesare stoppen ich helfe euch ich bringe euch zu ihnen Grazie Geht zum Päpstlichen her ganz langsam ja jetzt rastet aus auch sowas ja 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 Das war's. Ah, wieso braucht er denn zwei? Das ist jetzt doof. Das ist jetzt der Fall. Ich geh einfach durch. Ich zieh einfach durch. Ihr macht einen Spaziergang, ja? Hey, ich hab doch... Oh Gott, wieso entdeckt er mich denn? Ist er behindert. Ich hab das schon, ich hab das schon. Eine Minute. Ich hab das schon. Wieso hat er denn plötzlich auf den anderen gewechselt? Mann, da habe ich den anderen angeschossen. Wie kann einem das passieren, ey? Das macht ja auch keinen Ärger mehr. So, hier hoch. 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 Oh Gott. Oh Gott sei Dank, ey. Ganz schön knapp nochmal. Dreh dich um, dreh dich um, mein Freund. Dreh dich um. Der ist zu schnell, ey. Ich geb dir gleich mal zu schnell, ey. Ich mein, die sterben ja auch nicht bei einem Wurfmesser, ne. Guck mal, wie mich das mal wieder hier aufregt. Nee, der Guardo zum Trockentropf folgen. Entlich hat er gesagt. gegriffen. Komm jetzt, wir sehen doch den anderen an. Alles klar. Gleich da. Gleich da. Gleich da. Oh, 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 oh. Oh, Pruzza, ist du das? Eduardo ist da, Öfner hasst... Oh, Pruzza, ist das? 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 Wir arbeiten Tag und Nacht, meine Männer können nicht schneller! Ich fragte, ob sie bereit ist? Ich muss mit euch... Fast bereit! Ach, dieses Mal entkommt er nicht! Kandor! Kandor! Das ist sehr gut, das ist sehr gut, die Pläne haben wir schon mal weg! Komm, geh doch hoch! Meine Fresse! Ja, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh, was ist das? Okay. Okay. Jetzt sind wir auch schon da und können das Tor öffnen, denn wir müssen ja mit dem Tor, äh, mit dem Kanonboot-Teil-Ding Müssen wir ja durch das Tor durch und noch ein paar Sachen zerstören Schöne Metapher Rudern Achso, ja, stimmt, wir müssen die, äh Äh, wir schießen mal Ah ja, genau So, hätten wir das auch schon Das erste Boot ist am Ende Who's next? Who is next? Who is next, mein Freund Drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und rudern Segel zerstören, genau Neun Stück müssen wir machen noch Und Umschalten Einmal drehen kurz Alter Alter Müssen kurz drehen Oh, äh, umschalten, umschalten Schnell, 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 go, 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 go Ein Segel hab ich noch nicht Wurmschalten und rudern Kurz um das Schiff segeln Ist jetzt kein SS-Screen 4 Das kann man damit nicht vergleichen Weil das ja nicht auf Schäfer ausgelegt ist Zumindest SS-Screen Äh, Brotherhood nicht Umschalten Und Umschalten Rudern Ein bisschen rudern Ein bisschen rudern Und Und Wieder Feuern Und jetzt drehen Drehen Und Yes Schafft, Jungs Damit werden alle Schiffe zerstört Und wir hatten Challenge Completed Perdonatemi Leonardo Egal, Leonardo Wir haben's geschafft, Jungs 100% Ein, dass wir drei Tore öffnen Yes, läuft Bam Geil Mua 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 So macht man das heutzutage Ja Alles klar Ja 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 Eine kleine Kleinigkeit Eine kleine Kleinigkeit Von Leonardo Wenn wir alle gemacht haben Direkte Halt